Hallo liebe Universitätsgemeinschaft. Die UWH startet mit der Energiesparkampagne. Wir haben es ja alle mitgekriegt. Strom und Gas werden teurer, sowohl am Arbeitsplatz als auch Zuhause und um Energie und Kosten zu sparen, können wir alle einen Beitrag leisten in den eigenen vier Wänden, aber auch am Arbeitsplatz. Das bedeutet, wie wir auch alle wissen, auch einen direkten Beitrag zum Klimaschutz, denn jede eingesparte Kilowattstunde Strom oder Gas spart auch jede Menge CO2 ein. Deshalb starten wir hier an der UWH mit unserer eigenen Energiesparkampagne und rufen Sie, liebe Universitätsmitglieder, alle auf, tatkräftig an der Umsetzung mitzuwirken. Die UWH setzt verschiedene Maßnahmen um, um Strom und Gas zu sparen. Die Hauptmaßnahme ist, dass die Temperatur in den Büros und Seminarräumen um die 19 Grad betragen wird. In den öffentlichen Bereichen, also Fluren und insbesondere die große Eingangshalle in der Alfred-Herrhausen-Straße 50 werden um die 10 Grad betragen. In einigen Büros, beispielsweise im Neubau, gibt es individuell einstellbare Ventile an den Heizungen. Da bitten wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf die Einhaltung der 19 Grad zu achten. Das bedeutet für den Neubau beispielsweise, dass das Ventil auch kurz nach zwei steht. Ähnliches gilt natürlich auch für die Seminarräume. Eine weitere Maßnahme, um Gas zu sparen, ist eine Umstellung auf eine dezentrale Warmwassergewinnung. Das heißt, wir werden in einigen Gebäuden kaltes Wasser in den Toiletten und der Küche haben. Und um Strom zu sparen, wird die Außenbeleuchtung abgeschaltet bzw. auf eine Notbeleuchtung reduziert. Was können Sie tun, um unsere Energieeinsparmaßnahmen mit zu unterstützen und auch dazu zu führen, dass wir wirklich erfolgreich Energie sparen? Einerseits immer einen Blick auf die Raumtemperatur haben, insbesondere in den Büros, in denen die Ventile individuell einstellbar sind, beispielsweise Stockholmer Straße oder Neubau. Was auch ganz wichtig ist, wirklich für alle Gebäude auf Kipplüften verzichten und lieber für maximal fünf Minuten loszulüften. Außerdem, insbesondere in einzelnen Büros, empfehlen wir, die Türen zu schließen, dass wir eben nicht einen starken Durchzug haben zwischen unterschiedlich beheizten Räumen. Was das ganze Thema Stromsparen betrifft, da bitten wir Sie alle, dass Sie Ihre Rechner abends herunterfahren, sofern Sie eben keine Sondernutzung haben und die Rechner im Homeoffice dann Zugriff darauf benötigen. Außerdem ist es empfehlenswert, den Energiesparmodus von den Rechnern zu aktivieren und ein wichtiger Punkt ist eben Standby-Verluste zu reduzieren. Beispielsweise, indem Sie den Monitor ausschalten, da reicht es auch schon, wenn Sie kurz zur Mittagspause gehen, auch das spart schon ordentlich Strom ein. Immer jeweils Licht ausmachen, wenn Sie den Raum verlassen, insbesondere die Küche oder die Flure. Ladegeräte ziehen auch Strom, wenn Sie nur eingeschaltet sind und gar nicht laden, auch die ausstecken, ebenso wie ungenutzte Küchengeräte, insbesondere Kaffeemaschinen, da den Standby zu deaktivieren. Das in aller Kürze die wesentlichsten Maßnahmen. Weitere Informationen und auch nochmal Erklärungen dazu und eine Übersicht an den Maßnahmen, die wir insgesamt zum Energiesparen unternehmen, finden Sie im Intranet auf der Seite Gemeinsam Energiesparen. Außerdem sehen Sie jetzt am Campus schon an den verschiedenen Stellen Plakate mit den Energiespartipps und auch kleinere Sticker. Wenn Sie davon mehr haben möchten, können Sie die über die Postinfo anfragen. Machen Sie mit und unterstützen Sie unsere Energiesparmaßnahmen. Damit leisten wir als UWH, als einzelne Person einen solidarischen Beitrag in der Energiekrise und gehen abgesehen davon einen kleinen Schritt weiter in Richtung klimaneutrale Universität. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020